Wissen Sie, dass das verboten ist, sich als Polizist auszugeben? Sind Sie überhaupt echte Polizisten? Wir werden nicht die Polizei rufen, wir sind schon vor Ort. Bleiben stehen, da das Licht ist nicht an, der Reflektor ist gut. Aber Sie sind wahrscheinlich betrunken, oder? Ja, ich bin. Ein bisschen betrunken. Grüß Sie! Grüß Sie, das ist ein Behindertenparkplatz, haben Sie das nicht gesehen? Da dürfen Sie es nicht parken. Ich habe nicht geparkt. Na ja, weil Sie stehen da jetzt. Machst du das Foto? Sie haben... Sicher nicht. Na, dann machen wir das Foto. Na sicher! Das kostet 36 Euro. Ja, warte, ich mag schon gar nicht. Oder machst du das? Ja, machst du das Foto? 36 Euro. Danach können Sie meine Dienstnummer haben. Nein, ich möchte vorher Dienst... Das Verhalten ist kein Polizistverhalten. Sie haben aber offensichtlich... Wir müssen ein bisschen Geld verdienen. Ja, ich weiß. Was ist denn das Problem? Das ist eine Amtsanmaßung. Was heißt, das ist eine Amtsanmaßung? Ich kann machen, was ich will. Sie weisen sich aus, bevor irgendwer das sagt. Beruhigen Sie sich einmal. Sie sind ganz aufgeregt. Die Polizei ist schon da. Kannst du bitte? Was heißt, Sie werden nicht die Polizei rufen. Wir sind schon vor Ort. Halt, stehen bleiben. Bleiben Sie mal stehen bitte, ja. Was glauben Sie, warum wir Sie aufgehalten haben? Na, was glauben Sie? Wir haben so eine Idee. Gut, gut. Warum darfst du sie jetzt abtasten? Wir haben gesagt, die nächste taste ich ab. Dann müssen wir sie festnehmen. Dann müssen wir sie festnehmen. Dann pack die Handschuhe aus und nehmen wir sie mit. Tut mir leid. Sie können mir auch ihre Nummer geben. Wie heißen Sie? Ich muss mal Ihren Namen. Wie heißen Sie? Das ist mir wurscht. Ich nehme sie jetzt mit. Nimm sie mit, bitte. Ich nehme sie mit. Na sicher. Entschuldigung, mischen Sie sich nicht ein in die Amtsanmaßung. Mischen Sie sich nicht ein, sonst müssen wir sie auch mitnehmen. Ja, da nach hinten mit der Hand. Nein, er bleibt weg. Ich will sie allein. Ja, dann können wir in eine andere Zelle sperren, Karl. Das ist überhaupt kein Problem. Na geh, stellen Sie sich ja nicht so. Passt. Passt, gehen wir. Gut. Servus, du bleibst da. Tag. Entschuldigen Sie, mein Kollege hat ein Auge auf Sie geworfen. Ist vielleicht ein bisschen schüchtern. Gehen Sie rüber und geben Sie ihm Ihre Nummer. Leider nein. Wieso das nicht? Seien Sie nicht zu... Gehen Sie rüber. Es ist zu schüchtern. Ja, wir können das auch anders regeln. Allgemeine Personenkontrolle. Bitte einen Ausweis. Ausweis bitte. Ist das dein Ernst? Natürlich ist das mein Ernst. Wie ist Ihr Name? Vor- und Zunahme. Wie ist Ihr Name? Mein Name ist Patricia. Nachname? Patricia Spulau. Gibt das einen bei Facebook. Noch einmal? Patricia Spulau. Gibt das bei Facebook einen. Das schauen wir uns gerne an. Sie werden eine Freundschaftsanfrage kriegen bei Facebook. Es wäre besser für Sie, wenn Sie die annehmen würden, gell? Ich bin Polizist. Ich auch. Sie auch? Zivil, ja. Zivil. Nein, wir kennen Sie nicht. Wissen Sie, dass das verboten ist, sich als Polizist auszugeben? Das ist wirklich einfach. Aber zivil ist ja in Ordnung, oder? Nein, was heißt zivil ist in Ordnung? Nein, das ist überhaupt nicht in Ordnung. Ausweis einmal. Eins, zwei, drei. Was haben Sie da drinnen? Der Kollege hat einen Verdächtigen gefunden, oder? Na gut, geben Sie uns eins und wir vergessen die Geschichte. Bier verkaufen Sie, oder? Geben Sie uns eins und wir vergessen die Geschichte. Aber jeder eins. Ja, jeder eins. Ja, jeder eins. Nein, jeder ein Bier. Ein Ottergänger. Ein 16er Fleisch. Gut. Gute Geschäfte noch. Viel Erfolg. Servus. Danke, ciao. Deine Freundin, die kann blasen, die kann blasen, 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 an den Füßen nicht ertragen. Deine Freundin ist so eng, sie ist so eng, sie ist so eng, sie ist so eng. Wir sind wegen einer Musik da. Was ist denn das für eine Stimmung da? Was spürst du da? Alle beruhigen sich jetzt einmal. Wir sorgen jetzt einmal für unser Film gezeigt, wie das geht. das ist so eng. Das ist das für eine Stimmung da. Das ist eine Stimmung. Das ist eine Stimmung. Dieses Fest ist hiermit offiziell polizeilich genehmigt. Willkommen zum Outro. Wir wollen, dass es diesmal nicht so lange dauert und deswegen sparen wir uns sogar den Witz. Jedes Wiener Schmäh Video hat eine Message, die ist Abonnieren, Kommentieren, Liken, Instagram und natürlich Facebook.